Das war die erste Phase der Brasilianischen Phase. Ja, eigentlich. Und dann werden wir jetzt den Song dazu anschliessen bringen, der in der brasilianischen Phase weitergegangen ist. Der ist den brasilianischen Frauen gewittelt, wie wir es gesehen haben, im Videoclip und heisst dementsprechend Girls of Brasil. Okay. Ja. Ja. Applaus Applaus Das war's für heute. Das war's für heute. Musik 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 Wir gehen weiter in der Geschichtsreise, nachher haben wir den nächsten Liedertrip gedreht. Und wenn dies, we don't want to go to bed tonight, was wir wollen heute Nacht. Ja genau, wir wollen heute Nacht ins Bett gehen und mit diesem Film haben wir hier zum kleinen Stirn gedreht, im Stürmeier-Russ. Da bin ich hier! Jawohl, im Stürmeier-Russ und der andere Teil in der Füße-Berbe, im Hotel Urköster-Blick. Und das haben wir dann zusammengestellt. Es gab dann auch Schür, die waren noch jüngere Tagans, die dabei waren. Genau. Und ich weiß nicht, vielleicht hätten wir noch einige Schür, die damals dabei waren, bei diesem Film-Film-Kontik von der Welt. Bist du schon bereit? Ja, 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 ja. Okay.